Moin und Grüzi! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Psychonauts. In der letzten Folge haben wir die Bienen entfernt und jetzt können wir nichts anderes machen als die Ranken zu entfernen. Da ging es zu den Bienen, dann gehen wir jetzt mal zu den Ranken. Nein, da ging es zu den Bienen. Hier drüben geht es zu den Ranken. Denke ich mal, dass es hier längs geht. Wir hören ein paar Stimmen. Okay, da sollte man nicht so dicht dran gehen. Was ist hier eine Psycho-Isolation-Chamber? Nichts passiert. Jetzt passiert was. Okay. Können wir da rein? Wahrscheinlich. Ah, guck mal! Das muss der erste Mal Psycho-Isolation-Chamber. Er kreiert eine Therapie, die später benutzt wird, um Kinder in den Sommer-Chamber. So. Aber jetzt sind wir hier, aber hier geht es ja noch nicht weiter. Hier oben weiter, ne? Okay, hier müssen wir schon schnell sein wie eine Bombe. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. So. Ah, okay. Aber da baut er sich eine neue an. Was müssen die denn? Können wir da klettern? Nee. Ach, okay. Das kann durchtrennt werden. Gut. Los geht's! Wie die Bücher wahrscheinlich. Darf man sich nicht so lange rauf... Oh. Ja, wieder dumm. Dann nehmen wir so eine Hüpfblume. Ich wollte einmal rauf. Oder einen Hüpfpilz, aber... Müssen wir wahrscheinlich gar nicht. Man könnte sehen, dass so ein Hüpf-Ding uns irgendwo anders hinbringen wird. Ich würde es gerne mal testen. Ah, okay. Guck mal, komm mal hier rein. Und hier ist der Schlüssel. Sehr gut. Okay, das war ja bescheuert. Nochmal. Wollen wir auf die Schraubel warten? Okay. Okay, geht's um. Weiter. uter! Oha... Also, hier kann man sehen, dass es um die Franken geht. gleich jetzt komme ich ins haus rein was sich da gibt in dem häuschen das die ranken Was ist das? Au! Hey, dein Sohn, Truman, sende mich auf eine Mission, um Ford Cruller wieder zusammen zu bringen und Helmut Fulbear... Stopp! Jetzt! Ich will nicht mehr von diesen Namen hören, hörst du mich? Sie sind alle... verloren... tot... Aber... Bob... Besonders dieser! Oh. Okay, wie können wir ihn denn dafür... Au! Du bist glücklich, dass ich einen Helmut verwende. Huh? Wein? Schön, Wein. Könnt ihr mal in Bobs Verstand reinschauen? Denkst du, Bob würde mindern, wenn ich einen Blick in seinem Geist sah? Oh nein! 50 mehr? Hm. Okay. Gucken, was uns da geboten wird. Hallo? Agent Sonato? Hallo? Agent Sonato? Da drüben ist doch was. Oh, okay. Mischen Kohle wieder. Die wir auch nicht so richtig brauchen. Die wir auch nicht so richtig brauchen, die Cola, ne? Ist mir auch aufgefallen. Von da sind wir gekommen. Aber wie kommen wir weiter? Okay, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Ich dachte, man könnte da vielleicht rüber hopsen. Kann man nicht. Dann müssen wir vielleicht mit dem... Mit dem Ball hier rumfahren? Geht das? Auch nicht. Okay. Okay, okay. Ich wollte es noch getestet haben, Leute, Leute. Machen wir mal ein Feuerchen an? Okay, aber dann schaffe ich es nicht ganz da rüber zu fliegen, ne? Zu anderen Inseln? Ne, das wird nichts. Okay. Müssen wir mit ihm hier reden, mal. Hallo? Agent Sonato? Das ist verrückt. Ich habe hier nicht besitzt. Das klingt ziemlich schade. Ich habe mein Geheim. Natürlich. Die Sonatos sind bekannt für ihre... ...Gardens. Huh. Was hast du hier geplant? Was hast du hier geplant? Was hast du geplant? Oh, geplant. Ja, das stimmt. Nein. 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 Dann bin ich auf der Isle, glaube ich. Hm. Okay. Das war jetzt einfach. Warte. Nicht gehen. Komm mit mir. Es ist okay. Schau. Ich mache nur etwas schnelles Seed-Recon. Und dann komme ich gleich zurück. Ich versuche. Na gut. Ah, dann kann man so schwimmen. Okay. Diese Botte sieht sehr hervorragend. Und ominös. Prominös. Gehen wir mal raus. Hint aus. Hint aus. Kommen wir da rein. Wenn es einen Samen gibt. Schon mal ein bisschen verrückter hier. Oh Gott. Das sieht aus wie ein Samen da, oder? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Ich brauche es doch. Nein. Ich brauche es doch. Das ist ein. Oh. Ich brauche es doch mal. Oh. Oh. Ach so, dann kann ich diese Plattform da springen. Okay. Hm. Gut, ja. Mal den langsamer fliegen lassen gleich. Was bringt, weiß ich allerdings nicht. Das sind trotzdem mal. Okay, da kommen wir nicht ganz hin. Das war der falsche Weg. Äh. Oh, Mann. Oopsy. Let me get this out of your way. Ich bin zu langsam. Ich muss den langsamer machen. Ich bin aber, ich muss den langsamer machen. Oh, you don't want to be near this thing. Muss der da rüber kommen? Das geht doch gar nicht. Ich kann den gar nicht langsamer machen. Okay. So, warte mal. Warte mal. Stay away! For your own safety! Okay, das in diese Flasche? Okay. Gut. Das ist natürlich auch ein bisschen wieder so eine Timing-Frage hier, aber... Oh, cool, Geräusch. Hm. Hm. Das ist eine Flasche und das... Okay. Vielleicht bei der nächsten Runde mach ich das. Was? Nein, nein, nein. Oh, ich bin zu früh gesprungen. Hm. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Was mache ich hier? Nein! Das gibt's doch gar nicht. Warte mal. Upsala. So, da haben sie kurz warten. Hallo, da unten! Ich glaube, ich höre ein bisschen emotionales Abkommen. War es blaues dabei? Nein. Das ist ein Duffel-Bag-Tag. Was ist das hier? Da links, da links... ...und dann da... ...und dann da... ...und dann da... ...und dann da... ...und dann okay. Nein! Eigentlich gar nicht so schwierig. Ja! So... ...und dann links. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. What's that sound? I think I hear something. Okay. Looks like my plant friend is caught up in some regrets. What are you talking about? I have no regrets. These must be somebody else's. Yeah. Hey, don't look so close. I regret nothing. I've learned nothing. Okay, there's a glass, and there's a glass, and there's a ranke. Good. Stay away! For your own safety! No, that's not the wrong direction. One more time around the block, Jeeves. Oh, I'd have to jump in. Does anyone have an air sickness bag? This must be Bob's mother, Tia Zanotto. Hey, Mom. Are you heading out to the greenhouse again? What are you doing out in the greenhouse for so long? Mom? Are you out here? Oops. Well, that's a little foreboding. Oh, yes. Only very bad things down there. Perfect place for this. Oh, so an spast. You better leave Bob's memories alone. You don't want to bring out one of his bad moods. What's so dangerous about a bad? Uh-oh. Look, Mr. Mood. I'm sure we can work this out. For instance, let's examine the source of bags. Okay. Schlechte Laune. Finde ihre Ursache. Okay. Schlechte Laune. Finde ihre Ursache. Okay. Ja. Oh. 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 I can't hurt this. Ah, hier habe ich ihn. Ah, hier habe ich ihn. okay das ist ja auch abgefahren wie man das rausfinden muss super mario ouchi na ich habe ganz okay aus es ist bed time Es ist die Zeit? Das ist die Mama. Das ist die Mama. Das ist die Mama. Der ist die Mama. Frau, das ist scheinbar. Was weiß, was weiß, oder? Den ersten Samen haben wir. Könnt ihr ja dann einpflanzen, der gute Mann. Sieht ihr familiar? Ich weiß nicht, sieht großartig. Lass es planten und sehen, was passiert. Nichts passiert. Ich glaube, es ist ein Dutt. Agent Zanotto, als Experten Garten, ich bin sicher, dass du den Wert der Patience anstatt. Oh, oh. Well, hello. I'm off to find more seats. Well, don't you think this is enough? More is always better. I'll be right back. Cool. Da können wir noch eine rausholen. Wahrscheinlich. Der Weg müssen wir wahrscheinlich folgen. Trotzdem machen wir das erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.